Der Assistent des Erzbischofs, Uther Lightbringer von Lordaeron, hat sich persönlich auf den Weg gemacht, um all denen Trost zu spenden, die unter den Wirren des Kriegs zu leiden haben. Lord Lothar hat sie zum Schutz des Kommandeurs der Paladine und seiner Begleiter abgestellt, damit ihnen auf dem Weg zur Inselortschaft Kaia Darrow nichts widerfährt. Und damit ein wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zu Mission Nummer 9, die Schlacht bei Daromir. Unser Ziel, den Juten Juta zum Leuchtkreis bringen. Und wenn es die Mission ist... Oh Gott, ich entsinne mich ganz, ganz dunkel noch. Ach du Sch... Oh, die war echt mies. Die war richtig mies, das weiß ich noch. Äh, so, hier haben wir den guten Lothar. Ach, Lothar, sag ich Juta. So, ich meine hier... Also, ich muss erstmal ein bisschen die Karte erkunden. Hier war nämlich irgendwie eine Meerenge. Ich glaube, hier haben wir eine Insel. Hier muss ein Durchgang sein. Und wir sehen hier schon, ähm, viele Kanonentürme. Das heißt, äh, wir kriegen ein Maximum an Schmerzen verabreicht, aller Voraussicht nach. Deswegen erkunden, wir müssen erstmal erkunden und dann, äh, können wir uns gleich noch Gedanken um einen Schlachtplan machen. Ja, ich stecke gerade ein bisschen ein, ist mir aber gerade egal. Okay, okay, okay. So weit, so gut. Was haben wir hier? Also, hier unten muss er hin, ne? Das sieht man ja schon. Und dann schauen wir erstmal, was wir hier haben. Ein weiteres Katapult. Äh, ich glaube mal, hier ist bestimmt der zweite Durchgang auf Seeseite. Ja, sieht ganz danach aus. Ja. Haben wir hier den Durchgang? Okay, okay, okay. Wir erkunden weiter. Da sind ein paar Türmchen, aber da nicht mehr so viele. Was haben wir unten? Okay, scheinbar unscheinbare Basis. Die interessiert uns ja herzlichst wenig. Haben wir hier noch irgendwas an Marine oder an Einheiten, die auf uns warten? Hier ist schon Land, das sieht schon mal gut aus. Okay, an Land ruht uns keine Gefahr. Das heißt, im Prinzip ist das, glaube ich, eine Seeschlag. Ach, guck an, die alte Rackverräter. Ich entsinne mich. Okay, dann haben wir mit ein paar Verrätern noch nebenher zu kämpfen. Nun gut. Ja, soweit so schlecht, würde ich sagen. Ähm, was haben wir denn? Ich zähl mal kurz durch. Wir haben fünf Zerstörer und drei Schlachtschiffe. Okay. Nette Truppe. Könnten wir mehr wünschen. Wir haben aber auch sehr viele Bodeneinheiten. Okay. Das sagt mir, ich sollte gucken, dass ich... Warte mal, wir schauen mal kurz. Hier haben wir sehr viele Türme. Okay. Also, ich glaube, es macht Sinn zu versuchen, dass ich hier oben ein Loch reinschieße, mit Bodentruppen reinmarschiere und mit den Ballisten, die ich habe, dann die Türme plattmache. Also, das sollte, glaube ich, so der erste Ansatzpunkt sein. Denn Marine haben wir an sich nicht so viel feindlich. Wir haben im Prinzip die vier Zerstörer der Horde, die zwei Zerstörer von ihm und ein Schlachtschiff. An sich von den Schiffen her geht's. Das ist nicht das Problem. Das Problem sind einfach die Türme. Und da brauche ich nun mal, leider Gottes, Bodentruppen für. Aber, es gibt keine U-Boote, wenn ich richtig gesehen habe. Ja, okay, 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 okay. Wir haben soweit alles im Blick. Ähm, gut. Mache ich jetzt erst mal... Ein Boot voll mit Rittern und Soldaten. Das wird das... Das wird die Vorhut sein. Und, äh, ich traue mich gerade noch nicht so ganz. Ich glaube, ich muss das erste Katapult, muss ich irgendwie weggeschossen kriegen. Also hier den, da muss ich... Ich würde sagen, pass auf, wir machen das so. Ich rücke mal mit meinen Zerstörern vor. Okay, sehr gut. Jetzt kommt er schon raus. Das, äh, war auch das, was ich wollte. So, wir lassen den mal schön vorrücken. Beziehungsweise, wir kommen jetzt schon mal hin. Ja, das war jetzt leider ein Volltreffer. So, schnell weg. Ich möchte mir nämlich nicht den Luxus leisten, ein Schiff zu verlieren. Weil, wisst ihr was? Moment. Den Axtwerfer machen wir noch Platz, damit ich ihn in Ruhe absetzen kann, hier. Weil wir können auch einfach hier schon mal die Löcher reinschießen. So. Nein, du nicht. Du bist nämlich, glaube ich, dann in Kanonenreichweite. Du ballerst da mit drauf, du machst da weiter. Kommst du auch dran? Leider nicht. Okay, wir machen jetzt hier erstmal ganz in Ruhe die Mauer kaputt. Setzen dann unsere Trüppchen hier ab. So, dann machen wir direkt... ...ein zweites Boot voll. Nur mit Bogenschützen. Das wird dann unser erster Landetrupp sein. Dann nehmen wir noch ein weiteres Boot mit Rittern. Und der Rest kommt dann hier unten rein. Müssen wir jetzt auch alles verteilt haben. Jawohl. So, wir müssen gucken, dass wir auch genug Durchgänge hier haben. Kommst du da nicht dran? Äh, Moment. Bin ich jetzt in Turmreichweite? Oh nein, Gott sei Dank bin ich nicht. So, dann schießt immer das zu Klump. Sehr schön. Na, da kommst du nicht dran. Schade. Gut, dann werden wir jetzt gleich mal hier oben einmarschieren. Also, erstmal beiseite. Nicht, dass ihr Kollateralschäden abkriegt. So, ich muss mal eben testen. Ich werde jetzt erstmal hier oben absetzen. Ich muss mal gucken, ob dann irgendwer entgegenkommt. Nein, da kommt noch keiner. Okay. Ich will mal gucken, wie nah ich ranrücken kann, ohne dass sie mir entgegenkommen. Ja, sieht gut aus. Ja, sieht sehr gut aus. Dann erstmal die Fähren weg. Na, wobei, wir sollten mit dem... Ich packe die andere Schiffe schon mal da in der Nähe. So, Fährenkämpfer raus. Okay, da passiert noch nichts. Sehr schön. Oh, von wegen, da passiert noch nichts. Zurück, zurück. Nein, zurück, habe ich gesagt. Ah, weg. Scheiße. Mist, das war das falsche Schiff. Scheiße. Jetzt macht das verdammte Katapult mir hier den ganzen Plan zunichte. Ja, das ist doch jetzt mal richtig schön gelaufen. Jetzt habe ich mal ebenso mir nicht, dir nicht, sechs Soldaten versaut. Weil ich auch nur noch das falsche Boot genommen habe. Toll. Oh, Mann, ey, da könnte ich ja echt fast direkt neu anfangen. Ich überlege gerade, ob ich den ersten Turm so platt machen soll, um mir die Katapulte rauszulungen. Ich versuche es mal. Oh, ey, seid ihr behindert? So, Turm ist platt. Ja, ein Zerstörer von mir jetzt leider auch. So, jetzt bitte. Nein. Nächster Zerstörer-Platt. Ah, jetzt fahrt doch weiter vor und schießt die verdammt nochmal weg. Oh, ich hasse, dass wir die einfach die Befehle nicht befolgen, die man denen gibt. Ja, jetzt haben wir nochmal ein Schlagschiff. Oh, scheiße. Boah, die Mission läuft so mies, Leute. Ich weiß schon, die habe ich früher auch gehasst und ich weiß auch wieder warum. So, haben wir jetzt noch Katapulte. Ja, zwei, die sind aber weiter unten. Das ist okay. So, dann wollen wir mal schauen, ob wir noch irgendwas hier gerissen bekommen. Ich sehe nämlich schon wieder schwarz auf dem Gesagt. So, den wollte ich anlocken. Okay. So, dann bringe ich euch mal hier an Land. So, damit ich jetzt gleich einfach mal ein bisschen taktischen Spielraum habe, werde ich jetzt mal ganz genüsslich hier alle Gebäude platt machen. Ach so, dann vielleicht kriege ich ja noch den einen oder anderen hochgelockt. Aber wir können es ja auch so machen. So hinterhaltsmäßig. So einfach mal runterlaufen. Ja, da kommt er nämlich schon. Sehr gut. Jetzt haben wir dem ein paar Mal eine reingauen. Er ist schon fast tot. Oh, was machst du denn hier? Oh, ich hasse, dass wir ihn einfach meinen, irgendwo in der Weltgeschichte spazieren gehen zu müssen. So, da geht er down. So, das machen wir jetzt mal eben platt. Oh, Leute, ob die Mission was wird, also ich weiß ja nicht. Das ist schon, Mutter Tabis, ohne eurem Namen in eurem Tag. Zack, so, den nächsten platt, ohne dass er uns angegriffen hat. So, dann macht jetzt erstmal hier was platt. Oh, mich regt das auf, dass ich die sechs Soldaten verheizt habe. Echt, das ärgert mich richtig. Und ja, man muss leider sagen, verheizt, denn ich habe sie einfach in den Tod geschickt, ohne dass das meine Absicht war. Und ich habe leider auch ein Schlagschiff und einen Zerstörer verloren. Das finde ich extremst mies. Ich glaube, das wird mir noch mehr das Genick brechen. So. Guck mal, ob du den abgeschossen kriegst, ohne dass wer anders dir entgegenkommt. Ja, kriegst du. Das ist schön. Ach, schießt doch, Mensch. Nein, ihr bleibt schön, da wo ihr seid. Zurück, zurück, zurück. Oh, Leute, ey. Warum müsst ihr da ausgerechnet alle hinrennen? Was habe ich jetzt verloren? Einen Ritter, ne? Ja, ich glaube, ich habe einen Ritter verloren. Oh. Oh. So, jetzt nur die beiden Ballisten. Jetzt haben wir hier nämlich keine feindlichen Einheiten mehr. Das freut mich doch mal. Denn jetzt können wir auch mal... vernünftig und vor allem ganz in Ruhe die Türme hier platt machen. So, nächster Turm. Was haben wir hier? Drei Türme. Ich weiß jetzt nicht, ob ich über die Küste rankomme. Dass ich da nicht nochmal... an Land setzen muss. Wäre schön, aber wie gesagt, ich weiß es nicht. Müssen wir schauen. Zack. Hauptsache meine beiden Ballisten stehen noch. Weil wenn die aus den Latschen kippen, habe ich echt ein Problem. So, dann noch das Türmchen. Die drei müssen wir eigentlich auch platt kriegen. Ich muss mir noch eine Taktik überlegen hierfür. Eigentlich würde es Sinn machen, wenn ich mit meinen Zerstörern vorrücke, dass die erstmal Kugelfang spielen. Und mit meinen anderen Bodentruppen hinterher. Also... Was anderes wüsste ich jetzt nicht, was sinniger sein sollte. Da müssen wir einfach mal schauen. So, und ihr macht mal bitte erst den Zerstörer. So, dann den nächsten... Was war das denn? Hallo? Warum ist der jetzt auf einmal explodiert? Alter, jetzt mal ernsthaft. Was war das? Wer hat da geschossen? Ach, der Kanonenturm oder was? Oh nein, ey. Habe ich den gerade echt übersehen? Oh, das war jetzt komplett unnötig. Alter. Ja gut, das Kreuz muss ich jetzt tragen. War jetzt doof, merke ich selber. Ihr könnt euch mal nützlich machen und hier oben ein bisschen Halligalli machen. So, wenigstens aus Frust ein paar Gebäude platt machen. Fahr doch noch näher ran, ey. Was ist denn los mit dir? Das reicht doch längst von der Reichweite. So, geht doch. Mein Gott, ey. So, damit hätten wir die Bucht soweit gesäubert. Guck mal, kommen wir da rüber? So, da kommen wir hin. Okay, kommen wir noch ein Feld weiter? Vielleicht kriegt er ja Kollateralschaden. Nope, leider nein. Schade. Okay, das heißt, ich muss wohl doch an der Bucht auch nochmal anlegen. An der Seite. Weil ich will hier echt keine Türme sehen. Habe ich hier noch irgendwo Truppen drin? Nee, ne? Ja, die paar Truppen, die ich da am Boden stationiert habe, sind tatsächlich meine letzten Einheiten auf dem Boden. Scheiße, was machst du denn da? Ah, Mist, ich bin zu nah herangefahren. Scheiße. Ich meine, gut, früher oder später wäre es sowieso dazu gekommen, aber trotzdem. Es war jetzt nicht geplant. Aber ich habe Gott sei Dank keinen verloren. Das beruhigt mich schon mal. So, wir fahren erstmal hier hinten lang. Dann werde ich hier mal wieder ein Loch in die Maul schießen. Und hier haben wir Gott sei Dank keine Katapulte. Das heißt, ich kann beruhigt meine Schiffe da bis an die Küste fahren und die Landeinheiten abknallen lassen. Äh, so, das macht mal ihr beiden. Fahrt mal bis da hinten hin in der Hoffnung, dass der Troll euch sieht. Ihr macht Backup. Ja, er hat euch gesehen, okay. Ach, da geht er schon wieder zurück, der Lümmel. Keinen Bock mehr gehabt, wa? Ach, jetzt hat es leider von der Reichweite her nicht gereicht. Ein weiter nach rechts. Du da hoch. Und du mal bitte da hoch. Und du einmal da hoch. Kommst du noch einen hoch? Nein. Gut, er wird jetzt nämlich wahrscheinlich wieder zurückgehen. Und vielleicht ist er dann bei einem von euch in Reichweite. Oh ja, bei einigen sogar. Aua. So, den kriegen wir aber. Na, oder auch nicht. Schade. Na gut. Dann machen wir erstmal hier die Mauer platt, würde ich sagen. Okay, der kann scheinbar nicht angreifen. Ja, doch, ein bisschen kann er. Komm, könnte mal bitte hier die Mauer platt machen, das wäre sehr nett. So, dann muss ich mal meine Trüppchen hier oben sammeln. So, dann nehmen wir erstmal meine Minis wieder in einen Shuttle, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Wie viele Bogenschützen habe ich noch? Sechs, das ist gut. Ihr kommt ins nächste. So, und du, meine liebe Ballista, du fährst mal hier hin. Und du, mein Freund, du wirst hier später eine sehr nützliche Funktion haben, denn da wirst du Attrappe werden. So, fahr du mal mit, nicht, dass du da alleine rumstehst. Außerdem brauchen wir ja gleich noch eine Fähre. Na, die, wir müssen auch Jute einsammeln. So, da haben wir nur einen Turm, da haben wir... Was? Oh, scheiße. Warum... Oh! Was habt ihr denn für eine Wegfindung? Warum müsst ihr so nah am Gegner herfahren? Oh, ihr macht mich fertig, Leute, echt. Ihr macht mich einfach nur fertig. Alter. Oh, echt jetzt. Komm, versuchen wir es nochmal, dich rauszulocken. Könnt ihr mal bitte schießen? Was ist denn los mit euch? Danke. So, wir locken ihn nochmal rüber. Scheint mir eine ganz solide Taktik zu sein. Ja, aber so richtig? Ihr könnt es natürlich auch einfach so machen und ihm jetzt einfach mal in die Fresse hauen. Und siehe da, er ist weg. So, wir haben nur noch zwei Trolle. Einen Oger und sonst ne Türme. Mein Gott, jetzt haut ihm doch mal eine rein. Bäm, geht doch. So, jetzt haben wir nur noch ein paar Trolle hier. Und darum würde ich sagen, wir schnappen uns mal unsere Elfen. Wobei, Moment, vielleicht kriegen wir den auch so weg. Ah, nee, der kommt nicht. Nun gut. Dann machen wir es anders. Wir laden erstmal unsere Elfen hier ab. Als kleines Backup, denn unsere Balliste wird das dann regeln. Scheiße! Oh! Alter! Was hat der da für eine Reichweite? Ja gut, die normale Turmreichweite. Aber irgendwie habe ich die ein bisschen unterschätzt offensichtlich. Okay, das heißt, da kann der Turm auf jeden Fall schießen. Das heißt, bevor ich mich um den Troller komme, muss ich definitiv erst den Turm platt machen. So, das machen wir schön vorsichtig hinter unseren Truppen. Ja, mit ganz viel Glück könnte das noch was werden. Aber, wie gesagt, ich habe schon einiges hier, hier ist einiges schon scheiße gelaufen. Muss ich leider so sagen, wie es ist. So, wartet mal. Ich weiß jetzt nicht, wo hoch die Reichweite von dem anderen Turm ist. Wir schicken mal... Nein, ey, Mann! Sehr schön. So, den haben wir schon mal platt gekriegt. Das freut uns natürlich. Ja, komm, wir trauen uns mal von hier oben da ran. Muss einfach den Hof hier möglichst schnell platt kriegen. So, jetzt haben wir oben auch Platz zu agieren. So, schnell weg. So, okay, jetzt kann den Rest das Katapult, beziehungsweise die Ballista machen. Gut, dann hätten wir diese Insel soweit geräumt. Aber für hier muss ich mir echt was überlegen. Hm. Mache ich dann mit den Schiffen? Ja, ich weiß nicht, weil das Katapult, das macht mir halt extrem viel Sorge. Ansonsten würde ich sagen, wir holzen drauf und gucken, was passiert. Aber... Wir könnten natürlich auch parallel... ...unsere Fähren hier rüber schicken. Dass wir parallel hier unsere Boden drum rauslassen, die dann mit draufhauen auf Katapult und Sonstiges. Halte ich sogar für einigermaßen sinnvoll. Aber... Ich sage bewusst ein, aber, denn ich muss ja gucken... Also, du hast noch volles Leben. Du sammelst ihn hier schon mal ein. Was darf ich holen unterwegs? Holen unterwegs? Was soll das? So, Moment, wir schicken direkt noch einen zweiten hoch. Hat einen Hintergrund. Denn in dem einen werde ich nur Uta drin haben. Der Rest wird an Land gehen und versuchen hier alles schnell kurz und klein zu schlagen. So. Ihr könnt schon mal hier in die Fähre. Meine Ballista packe ich schon mal hier rein. Obwohl, ne, wobei, die könnte ich eigentlich weglassen. Ja, doch. Hier passt nämlich noch viel rein. Hier haben wir nämlich ein wichtiges Boot, nämlich Ete hier. Eine Attrappe haben wir, nämlich Ete hier. Ein Melee-Angreifer-Boot und ein mit allen anderen. Also, so viel Einhaben habe ich nicht mehr. Ich habe noch elf Landeinheiten. Das ist verdammt nicht viel. So, und meine beiden Roffelkopter, die werde ich auch brauchen. Denn die müssen Ablenkungsmanöver spielen. Denn da sind ja noch so ein paar Zerstörer, die uns ans Leder wollen. So, ich frage, ist das so, wann greifen die Zerstörer an? Ich weiß es offengesagt nicht. So, Mensch. Attrappe. Ich sag, sag, ja, okay. All Captain. So, ihr fliegt schon mal dahin. So. Ihr greift da an. So, sehr schön. Erster Turm ist platt. Das ist schon mal gut. Leider habe ich auch einen Zerstörer verloren. So, wo ist meine Attrappe? So, Attrappe. Dein Zeitpunkt ist gekommen. Oh Gott, ich habe gerade echt schwitzige Hände. Denn ich habe keine Ahnung, ob das klappt, was ich hier vorhabe. So. Jetzt stehen da alle entladen. Ja, und ihr dürft auch bitte gerne angreifen. Ja, das war es dann mit, äh, ne? Ja, und ihr haut mal bitte gerne auf dieses Türmchen hier. Ja, Leute, das wird knapp, aber ich glaube, es wird was. So. Den Zerstörer beschäftigen wir mal mit unseren luftigen Luftikussen. Aber die interessieren den scheinbar gar nicht. Ach, ey, Schitte, ich habe meine Schlachtschiffe jetzt irgendwie nicht mitmarkiert. So. Dann machen wir den noch platt. Ja, Leute, läuft doch. Wann habe ich mich denn so aufgeregt? Boing. So, das war's. Yay. Mit vier überlebenden Boden drum. Wobei, überleben bei denen jetzt relativ ist. So viel, wie die auch Fresse bekommen haben. Nein. Ach, ihr sollt da rein. Ihr sollt dann hier rüber und die da absetzen. Mit mir nochmal so tun, als würden die richtig Damage machen hier. So, wo ist Jutta? Da ist er. Ach, schwere Geburt. Aber alles in allem ist es ja doch eigentlich ziemlich gut gelaufen, möchte ich sagen. So. Hoppladihop. Auf nach vorne. Und das war's. Nee, 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 nee. Sehr schön. Damit haben wir die Mission abgeschlossen. Yay. Und wir haben es sogar geschafft. Uh, ist das aufregend. So, ihr Lieben. Das war's. Sieg. Wir sind in den Rang eines Kapitäns aufgestiegen mit 62.701 Punkten. Wir haben 39 Einheiten gehabt und 5 Gebäude. Ach ja, unrechtige Gebäude. 32 Einheiten haben wir getötet und 29 zerstört. Ja, wir haben jeden Feind hier umgebaut auf der Karte. Aber die haben auch sehr viele von uns mitgerissen, muss man so sagen. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder in der nächsten Mission. Bis dann. Tschüssikowski. 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 Tschüssikowski.